Ok, ich muss ein Feast sorgen und dann geht die Arena runter. Jetzt guck ich mal, wie ich es hinkriege. Wenn das Switchab für mich im Vorteil ist, kann ich es machen. Gucken wir mal. Eine Zelda. Wenn sie ihren Dark Knight hat und ich ihr Nutschulpie raus habe, dann dürfte das möglich sein. Wenn das Ding jetzt halt noch nebenher lag, dann habe ich noch ein bisschen Schwierigkeiten, ne? Gucken wir mal, was ihr so macht. Erstmal Dash Attack, weil alle Charakter oder alle Gegner gehen hier auf Stage. Oder runter von der Ledge. Oder jetzt auch runter von der Plattform. Warum sag ich Ledge? Plattform eigentlich. Ok. Ok. Erster Stockdown. Sie rollt gern. Da wollte ich immer botzen im Moment. Ich wollte rollen. Warum rollst du denn nicht? Zack. Jetzt war ich das irgendwie schon laun. 36%! Da war ich ein bisschen zu langsam. Schade. Das war's! Ah! Ja! Yes! Sie ist rein die ein! Und ist noch reingesprungen in die Exklusion. Oh! Leute, wenn wir das hinkriegt, das ist so geil. Und wenn die jetzt noch anfangen, noch rein die ein, ne? Geil! Jetzt macht er die Arena zu. Er hat auch gesagt, wenn ihr mich freestockt, mach ich die Arena zu. Jetzt möchte ich erstmal gucken, ob er die hier eigentlich zu macht. Oder nicht. Oder nicht. Er hat die Arena zugemacht! Yes! uerung. Hća!